Die Berlin Music Week ist ein Festival, das jedes Jahr stattfindet in Berlin, wo tausende musikbegeisterte Künstler, Musikschaffende zusammenkommen, um sich hier sowohl inhaltlich als auch musikalisch auszutauschen. Dieses Jahr hat die Berlin Music Week zum ersten Mal zusammen mit der Stiftung Partnerschaft mit Afrika einen Schwerpunkt auf afrikanischer Musik. Man muss dazu aber sagen, nicht traditionelle Musik, sondern aktuelle Trends in der urbanen afrikanischen Musik aus verschiedenen Ländern. Auf der Afrika Music Convention finden sowohl Panels statt, wo aktuelle Themen der Musikindustrie diskutiert werden, zum Beispiel Fragen nach der Digitalisierung. Ist das ein Fluch oder ein Segen auf dem afrikanischen Musikmarkt? Aber auch, und das ist sozusagen für das breite Publikum auch zugänglich, finden Konzerte statt, auf der erstmals deutsche und afrikanische Künstler zusammen oder gemeinsam auftreten werden. Nervös sind wir nicht, aber es ist natürlich interessant, weil wir ja das erste Mal jetzt gemeinsam auf der Bühne stehen. Also da haben wir zum Glück ja überhaupt keine Barriere mit Musik machen. Das ist sozusagen unsere gemeinsame Sprache und die hat uns auch zusammengeführt und die hält uns auch zusammen. Warum? Because of Max! Ich bleibe live, man, ich mag es. So jetzt die wir heute hier sind, zusammen sind, ich bin glücklich. Ich bin glücklich im Glück.